... im Ring, in der roten Ecke mit 76,5 Kilo, 5 Kämpfen und 5 Siegen, Semi Musa. Und in der blauen Ecke mit 78 Kilogramm sein Debütkampf, Erhan Kalli. 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 7 Kilo, Sch gerecht, dass sich die Entschlung langt und... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.